In sechs Fällen haben wir das Recht, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen. Das müssen insbesondere die Männer wissen. Wenn man mit einer tödlichen Waffe angegriffen wird, wenn jemand versucht, uns zu töten, zu vergiften, wenn jemand versucht, uns das Land wegzunehmen, von dem wir uns ernähren und ohne welches wir nicht überleben würden, unser Haus abzubrennen und wenn jemand mit Gewalt versucht, einem die Ehefrau und die Kinder wegzunehmen. In diesen sechs Fällen haben wir das Recht, einen anderen Menschen zu töten. Und dabei entstehen keine negativen karmischen Folgen. In allen anderen Fällen ist das Töten von Menschen verboten und wird mit negativen karmischen Folgen bestraft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017